Oh Gott, wo finde ich die denn? Auf meinem Laufee? Ey, wir wollen sie haben die Steam-ID oder wollen sie die DVD-ID haben? Äh, Steam-ID, also Spieler-ID, denn darunter steht Steam-ID, PSN, Xbox, Game Attack, Player-Code-ID. Die findest du im... Ich hab schon wieder eine Säge gehört. Und kommst du zu uns. Ja. Ich hab's nämlich endlich gefunden. Pfff, oh Gott, hab ich ein Glück. Ah. Hm. Alter. Bubba oder Bibi? Bubba. Ach, schon wieder? Ich geh um die eine Ecke, um mich sneaky aus dem Weg zu... Äh, ne. ...zumachen und... Muss ich jetzt ziehen. Scheiße. Alles gut. Und genau um die Ecke kommt er halt. Ach, das ist... Hm. Dann hab ich's natürlich nicht mehr bis zu der Paralette geschafft. Ähm, der Scheck ist übrigens der Keller, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist er noch in deiner Nähe? Ne, äh, ja. Okay. Ich hol dich mal da runter. Ja, gerne. Er kommt gut. Alles gut. Nö, nö. Bei dem bisschen Heartbeat hab ich noch keine Bedingungen. Ich hab mir das gar nicht. Wollen wir den John hier in der Mitte weghauen? Immer. Äh, ja. Hier beim Schweinebauen. Wenn... ...wir... ...nicht... ...bes... ...kriegen. Ach. Komm. Was willst du denn jetzt von mir? Ach, die Wurschen? Ne, was? Hä, was? Bei mir? Ich hab grad die ganze Zeit Chasen singen und lauf und lauf und der kommt nicht her? Komisch. Hast du gedacht, Bubba, ja? Nö. So nicht. Er ist weg von mir. Die! Er ist weg von mir. Mhm. Also kein Dark Divorce. Nö, ne, der war nur... Nö. Der hat nur das Target. Er geht wieder hin. Weg. Kann ich mich nicht beschweren, aber... Er ist wieder bei mir. Ich bin in der Kalschatt bei dem Toten am Gin. Wir sitzen beim Schweinebaumandeln. Den kriegen wir hin? Aha. Praktischerweise direkt unter dem Haken. Hat sich sein Heartbeat vergrößert, als er dich aufgehoben hat? Kann sein. Ja, der hat Heditation. Könnte das ein Skurtschock sein, oder? Ja. Da hat doch Wildpferd dabei. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er nicht hier geblieben ist. Das sehen wir dann gleich, oder? Schauen wir mal, ob er Tüftler hat. Nee, es geht nicht um Tüftler, es geht um Insidious. Achso. Ich glaube eher, dass er hier in der Nähe geblieben ist. Ja, direkt. Oh, puh. Alles klar, Insidious, Bubba. Ja. Macht den's. Er hebt weg, ihn nicht auf. Krieg weg, oder doch, er hebt's auf, dann könnt ihr mich holen. Ja, nee, er trägt mich da hin. Ja, aber wo, da hin? Ah, ah. Ja, beeil dich, Welt. Das schaffst du nicht. Nee, nee. Doch. Und jetzt alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Auseinander, auseinander. Einfach Conny. Nein. Er kommt zurück. Nee, nee, er ist bei mir. Er geht aber zurück. Ja, er kommt her. Hm, ja, er ist genau vor mir. Ja, kässlich wie Sascha. Soll ich dich dann heilen? Nein. Ich bin am letzten Gen, ähm, ich bin am letzten Gen, ähm, auf der Seite, wo Becky ist, hinten beim Ausgangstor. Okay. Also, auf der Höhe vom Hauptgebäude, hier hinten in der Ecke. Da, verdammt mich. Ja. Ja. Moin. Huch, da ist's denn. Äh, er geht weg. Aber nicht zu uns. Doch, zu irgendjemandem, der da hinten rumrennt. Hm, nee, das ist, also, das ist dann, dann. Ah, nee, er kommt zurück. Nee. Gehen Stress. Dann mach du das Tor auf, Conny. Anführer? Genau. Ich nehme ihn schon mal mit. Oder so. Jetzt. Okay, das Totem hier brennt nicht. Jetzt steht er los von dem Tor, wo ihr seid. Okay. Ja, da kommt was. Ah, ich hänge direkt vom Tor ab. Oh, Becci, das schaff ich, glaub ich, nicht mehr. Nee, das schaffst du nicht mehr. Aber ihr könnt das Tor auf und gehen raus. Ah, nee, er hängt nicht da hinten. Ja, aber... Er wird das Tor jetzt abcampen. Er wird das Tor aber abcampen. Ja, dann gehen wir jetzt zum anderen. Ja, ja, er stellt sich da hinten hin. Ja. Komm, such dir einen schönen Fahrplatz und dann halt's Maul. Ich bin schon am anderen Tor. Ja, bin auch da. Ja, geht dann raus. Soll ich weiterarbeiten? Willst du den Klärmasken? Na ja, die werden nicht kommen, Boba. Nope. Ich weiß auch, warum so viele, wo wir spielen. Extra nochmal schön mit der Kuzetmaske. Und warum? Und Abmarsch. Raus. Wie er uns rausschmeißt hier. Ja, wegen den 10 Punkten brauchen wir nicht drinbleiben. Und warum spielen so viele, Boba? Ja, weil die Masken rausflicken. Oh. Dann brauchst du mir keine Gedanken mehr machen, dass ich noch alle Ur-Survivor am Haken kenne. Ja. Schade, endlich. Oh je. Die neue Map. Wir waren schon wieder so eine Feuertonne. Wo bin ich denn? Na? Hier ist ein Bubba. Schon wieder? Och. Wir haben keinen Ruin. Wir haben nicht verloren. Oder will ich nicht mehr. Eins von beiden. Zu mir kommt er jetzt nicht. Er geht wieder zurück. Wo er dann kommt. Er ist bei mir. Tritt mein Jen. Ich hab ihn wohl. Tschüss. Na, aber jetzt kommt er. Hat mich nicht gesehen, okay? Richtig, in die Killer-Check. Ich geh in die Killer-Check. Ich bin in keinem Schrank, Bubba. Vielleicht hat er jetzt Komplexe, weil ich bin in den Schrank gekommen, äh, gesprungen, um die Kettensäcke auszuweichen und bin dann... Er hat mich nicht gefunden. Er hat mich nicht gefunden. Er ist wieder weg. Okay. Oh, Nervenkitzel. Wer geht zum angegangenen Jen? Okay. Und wir haben Nervenkitzel. Ich mach grad einen Dulli totem weg. Nein, er kommt zu mir. Ich bin so laut. Gott, geht es langsam, ey. Was denn? Totem wegmachen wegen Nervenkitzel. Den Jen in der Killer-Check lasse ich stehen. Ich geh wieder in meinen zurück. Dann müssen wir jetzt aber rüber auf die andere Seite. Vielleicht stehen wir weg. Ah, nee. Nee. Ich hab da einen Anhängsel. Ich hab jetzt schon wieder einen Buffer. Ja, ja. Ich hab da schlecht, wie der Produkstel. Er ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir. Ich hab das ein bisschen... Becky? Hm. Ich schau mal noch ein bisschen. Bevor wir den Jen anmachen, komm her, dann heile ich dich jetzt schnell. Dann geht's da sowieso schneller. Hm. Frist die Palette, ey. Turbo. Ah, der kommt zu dem Jen? Yep. Das ist so ein Kapp. Oh. Hättest du nichts hinbrauchen normalerweise? Ich wollte auf der sicheren Seite sein. Gut, 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 gut. Ach, da. Ach, da. Einen grünen Schlüssel. Nice. Und der ist nicht gut, der Buffer. Aber er hat von mir abgelassen. War vielleicht die die dümmste Entscheidung. Soll ich grad sagen. Kriegst du ja Bescheid bei Nervenkitzel, wenn man den Tote... Nein, nicht mehr, nicht mehr. Okay. Das war früher so, ja. Ich hab grad auch einen Dulli-Tote im Kopf gemacht. Ich sitz nämlich auch grad an einem Dulli. Das war relativ versteckt, deswegen mach ich das weg. Okay. Ja, ist besser. Ja. Haben wir auf der Checkseite noch einen zweiten Jen? Ja. Auf der Checkseite in der Check drinnen. Ist... da ist... Ja, und noch einen, oder nur den der Check? Nee, ich glaub, das ist nur noch der eine. Ich hab Nervenkitzel gefunden. Hier irgendwie checken, der da. Sch... Ganz dunkel hier unten, ey. Ich mach Zweig. Und... Und... Bum. Ah, Boba ist ja bei mir an. Ja, ein bisschen an der Check. Na dann, ich mach den Jen im Hauptgebäude. Ich sitz mit Rep. Bei einem Ausdämmsirn wie an dem Jen. Da wurd's geknallt hat. Das denk ich nicht. Ach, ein paar Meter weiter war das nur. Nee, wo das Tote geknallt hat. Ja, ja, genau. Achso. Ich dachte eben, einer hätte einen Skillcheck beim Jen verkackt. Na hä, was macht's bitte, Boba? Kommt ihr zu mir? Langen Weg. Ja. Ja. Jeder Schritt macht. Jeder gern Hortschrank. Unterschiedlichen Wegen, aber viele Wegen. Oh, und oh. Alle Wegen. Oh, und oh. Der war Gülsi. Liege ich in der Palette? Nein, wir sind aber alle zu weit weg. Ja, egal. Ich dachte vielleicht, dass wir hier das. Eisern an den Griff, okay. Worauf das hinausweist, wissen wir alle. Nein, hier ist der Keller an. Nein, der Keller ist hier im Hauptgebäude. Oh, hier ist der Doris. Da und da sind sie hier. Das ist ganz toll. Okay, ich gehe zu dem Ding. Er geht zu dem Tor direkt bei mir. Das ist nicht meins. Er geht auf den zu, der da steht. Ja, ich weiß. Mach du mal. Also er ist weg von mir. Er kämpft auf jeden Fall nicht. Wow. Es hat mich gesehen. Es ist keiner bei mir in der Nähe. Doch, ich. Dann geh du mal. Ich dachte, er wäre hinter dir. Ich habe aber auch keinen Herzschlag gehabt. Nicht? Nein. Dann war es ein Soundbug. Hast du denn nicht gesehen, wie er das nicht kam? Nein. Oder er hat einen leckigen Predator. Wie heißt der Pact? Predator. Von der Huntress? Nein, der... Haupttier. Ja, das war keine... Er geht zurück zu euch. Hat der mich übersehen? Gut, das will ich. Hat er. Du bist der denn? Ich dachte gerade safe. Jetzt geht's los mit der Chase. Er ist bei mir. Ist er nicht? Bei mich. Jo. Nee, er ist bei mir. Komm herher. Scheiße. Oh nee. Ja, so ging es mir gerade eben auch. Standes noch am Tor. Er hebt mich auch auf. Hallo. Hi. Gehst du wieder in deinen Haken zurück? Mhm. Ja, es sieht ja sonst keinen anscheinend. Nee, ich habe einen anderen gefunden. Machen wir ein bisschen Zeit. Ich bin nur so weit weg. Ich bin nur so weit weg. Ja, geh mal an. Ich bin schon da. Ja, ich bin schon da. Ja, das Problem ist, ich habe hier nichts. Ich habe hier nach rechts und da wird das Tor gerade aufgemacht. Ja, geht dann auch raus. Vorsicht, 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 Vorsicht. Nooo. Ne, 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 ist noch hier. Ja, ja. Ja. Komm, nach auf. Ach, Leute. Oh Gott. Sepp. Seid ihr safe? Nein. Wir, ja. Aber Sepp jetzt nicht mehr. Ich jetzt nicht mehr. Mit ein bisschen Glück hätte es geklappt. Ich habe auch keinen BTR, so. Ich auch nicht. Nicht mit ihr. Geht lieber raus. Kommt, ja, 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 kommt jetzt raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sohn, das ist dein Ende. Egal, Sepp, raus mit dir. Ja, ich laufe, ja. Was machst du? Ich hing schon zweimal, du hingst nur einmal, das wäre sonst nur ruhig. Steht behaken, oder? Eio, 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 eio. Ich muss noch mal anspannen, das Ende.